Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von zu fremden Gestaden, die sich mit den Abenteuern von Corto Maltese beschäftigen und wir nähern uns dem Ende des fünften Bandes, die Äthiopier, einem Band, der sich überwiegend am Horn von Afrika in Abyssinien abspielt. Doch das gilt nicht unbedingt für diese Geschichte, die sich viel weiter südlich abspielt, also an dem nördlichen Ausläufer dessen, was wir gerne als Schwarzafrika bezeichnen, ungefähr auf der Höhe von Zanzibar. Und es ist erneut eine Geschichte, in der Realismus und das etwas Surreale sich auf Augenhöhe begegnen werden. Die Geschichte trägt den Titel Die Leopardenmenschen von Rufiji. Und fangen wir einfach mal an. Dieser Einstieg ist natürlich purer Hugo Pratt. Einerseits der beginnte Geschichte mit abstrakten Mustern, die sich als Bestandteil von etwas Konkretem herausstellen, aber dann auch die visuelle Täuschung mit diesen Schilden der Krieger. Und auf einer zusätzlichen Ebene findet hier mehr im Off sozusagen, beinahe als wären wir die Beobachter, die sich das aus der Ferne anschauen, diese Unterhaltung statt, die auf den ersten Blick nicht wirklich hierher gehört, zwischen die Sebras und diese Krieger. Und das wird schnell aufgelöst, wenn man dann umblättert. Denn die Dinge sind nicht immer das, was sie scheinen hier. Wir begegnen hier einem jungen Offizier namens Tenton und die Vertrautheit, die da zwischen ihm und Corto Maltese besteht, macht deutlich, dass die beiden sich schon sehr lange kennen und nicht erst drei Tage vor dem Beginn dieser Geschichte sich kennengelernt haben. Und das hat mich damals sogar so sehr irritiert, dass ich seinerzeit durch die vorangegangenen vier Bände gegangen bin, um herauszufinden, ob den Tenton denn schon irgendwo aufgetaucht war, in der Südseeballade vielleicht oder eher in die Kelten, doch Fehlanzeige. Das ist aber bei Corto Maltese so, dass er eben Hinz und Kunz kennt. Allerdings haben genau das hier später dann die Epigonen Juan Diaz Canales und Ruben Pejejero in 2017 aufgegriffen und in ihrem Band Equatoria verarbeitet. Eine Geschichte, die in der Chronologie der Ereignisse lange vor der Südseeballade liegt. Genau genommen vor sieben Jahren, also sieben Jahre vor den Ereignissen hier, also in 1911. Dazu werden wir sicher kommen, da ich inzwischen bei Canales und Pejejero ziemlich auf den Geschmack gekommen bin. Und dort erfährt man auf jeden Fall in Equatoria, wie sich Tenton und Corto eigentlich kennengelernt haben. Hier an dieser Stelle erfahren wir immerhin, dass Tenton bei den King's African Rifles in der Stadt Gombe stationiert ist. Übrigens, und das nur am Rande, wenn Hugo Pratt hier über Leopardenmenschen spricht, so ist das keine kapriziöse Exotika, sondern tatsächlich historisch begründet. Die Leopardenmenschen, auf Französisch Om Leopard, war in Zentralafrika ein grenzüberschreitender Begriff für zahlreiche Geheimbünde, die einem Leopard-Kult frönten, aber in diesen Jahren zugleich auch antikolonialistischen Widerstand organisierten. Die haben also hunderte Leute exekutiert und heute würde man eher von einer Terrorgruppe sprechen. Eine großartige Zeichnung hier mit diesem leicht perspektivischen Blick von oben, während die beiden Männer dieses alte Schiff betreten. Hier treffen wir auf einen britischen Hauptmann McGregor. Und jetzt wird es sehr komplex für die Corto-Maltese-Geeks, denn ich hatte schon an anderer Stelle gesagt, dass durch die Figur des Kusch letztendlich verdeutlicht wird, dass die Corto-Maltese-Geschichten und die Wüstenskorpione sich in einem gemeinsamen Universum befinden, eben nur 15 oder 20 Jahre auseinander. Doch hier legt Hugo Pratt noch eins drauf, denn der Kommandant redet hier etwas von einem gewissen Luca Zane, der mit Corto offensichtlich gut befreundet ist und wie Tenton in einem Ort namens Gombe lebt. Das aber wiederum ist die Querverbindung zu einem Frühwerk von Hugo Pratt, nämlich Anne und Dan, einer Jugendgeschichte, die sich in dieser Region abspielt und deren gewisse Aspekte als ein Vorläufer zu Corto-Maltese angesehen werden können. Hugo hatte Anne und Dan am Ende der 50er und am Anfang der 60er gezeichnet in seinen Jahren in Argentinien. Hier kann man diesen Captain McGregor in Anne und Dan sehen, verglichen mit seiner Darstellung in die Äthiopier. Hier beginnen die beiden eine Unterhaltung über China, was insofern interessant ist, als dass Corto zwei Offenhalte in China erwähnt. Der zweite Offenhalt würde dann später von Hugo Pratt zu dem Prequel-Band La Jeunesse werden. Wie auch immer, Corto wird hier in so eine Art Kriminalfall hineingezogen. Das Ganze ist also durchaus auch eine recht kurzweilige, spannende Geschichte. Hugo Pratt war sehr von Masken fasziniert offensichtlich, denn maskierte Krieger und Schamanen tauchen bei ihm auf den unterschiedlichsten Kontinenten auf. Hier wird auf jeden Fall jemand ermordet und es ist offensichtlich, dass die Maskenträger nicht wirklich sind, für die man sie halten mag. Diese ohnehin recht spannende Geschichte aus dem Herzen Afrikas verfügt über ungewöhnlich viele Querverweise zu anderen Geschichten. Denn nun erfahren wir, dass der tote Mann hier ein Deutscher ist, und zwar ein gewisser Lothar Slüther, ein Korvettenkapitän aus Lübeck. Und Corto merkt schnell, dass das hier offensichtlich der Bruder von Leutnant Slüther aus der Südsee-Ballade ist. Das ist etwas, was Corto keine Ruhe gibt, weshalb es sich entschließt, den Fall weiter zu verfolgen und hat allerdings auch diesen etwas enigmatischen Führer mit an Bord namens Brukhoi. Und dieser rätselhafte Krieger, dieser Brukhoi, besteht dann darauf, mit Corto eine Art, eine Blutsbruderschaft zu schließen. Was Corto zwar mitmacht, aber mit seinem gewohnten Zynismus begleitet. Wehe, ich kriege eine Blutvergiftung, dann trete ich die in den... Und dann folgt es Hugo Pratt lieber mit diesem wundervollen Paneel hier, sehr atmosphärisch. Nun ist es so, dass sie in diese Villa hier oder in diese Anlage hier einbrechen. Und Corto und der Krieger hebeln letztendlich diese kriminelle Organisation aus. Ich will das im Detail nicht alles spoilern, aber es geht um Spionage. Interessant ist aber, dass dann die Geschichte plötzlich umkippt und in den typischen Hugo Pratt Surrealismus übergeht. Denn Corto wird sehr gefährlich angeschossen an dieser Stelle. Diese gesamte Metaphysik ist ja letztendlich nur aus der Schussverletzung heraus erklärbar. Und Hugo Pratt, der eigentlich nicht wirklich gerne Hintergründe zeichnete, der muss sich sehr gefreut haben, dass er hier diese schwarzen Flächen benutzen konnte und einfach erstmal alles drumherum mit Tusche ausmalte. Und dann wacht er plötzlich auf und befindet sich eben in einem Militärkrankenhaus in einer britischen Kaserne. Großartig gezeichnet, wie Corto hier unrasiert und bärbeißig erscheint. Er trägt dieses RAMC-Hemd. Und das verweist auf den Royal Army Medical Corps. Das sind also so die Details, auf die man sich bei Hugo Pratt stets verlassen kann. Und damit endet dann langsam Hugo Prats Arbeit für das PIV-Magazin. Doch zugleich endet damit auch jene Phase von Corto Maltese, die auf Kurzgeschichten basiert. Also insgesamt vier Sammelbände waren das, im Zeichen des Steinbocks und immer ein Stück weiter die Kelten und hier die Äthiopier. Von nun an würde Pratt Corto Maltese und diese Reihe nur noch als ein Band eine Geschichte schreiben und zeichnen. Und welche wird denn die nächste Corto Maltese-Geschichte in unserer Reihe hier sein? Nun, das nächste Abenteuer wird eine echte Hürde für mich darstellen, denn es ist an Komplexität und historischen Detailreichtum kaum zu überbieten. Gleichzeitig ist es sehr lang. Gleichzeitig ist es ein ziemlicher Tapetenwechsel, denn der sechste Band trägt den vielsagenden Titel in Sibirien. Und wer mein Ranking von Corto Maltese kennt, weiß, dass ich diesen Band auf Platz 1 meines Rankings getan habe, da warten jetzt also massive Hürden auf mich und ich muss mit den Herausforderungen wachsen. Wie auch immer. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr fand das interessant und ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald oder bis zum nächsten Mal. Bis bald. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020